Die meisten integrierten Lautsprecher sind etwas dürftig. Für den guten Ton am PC sind diese USB-Lautsprecher im platzsparenden Format die ideale Besetzung. Sie sind klein, praktisch, stylisch und gut. Dank schlanker Maße und schlichtem, matt-schwarzem Design sorgen die Klangkünstler selbst auf dem kleinsten Schreibtisch für ein optisches Highlight. Die Installation ist im Handumdrehen erledigt. Sie schließen die Lautsprecher einfach an den Rechner an und können sofort Ihre Lieblingshits in Top-Qualität hören. Auch die Stromversorgung läuft über den Rechner. Sie schließen die Boxen per USB an den PC und sparen sich so ein extra Netzteil. Richtig bequem ist der Kopfhöreranschluss direkt an der Vorderseite. So vermeiden Sie lästiges Kabelgewirr oder die Suche nach einer freien Buchse an Ihrem Rechner. Einfach einstecken, Regler hochdrehen und genießen. Dieses Musikerlebnis sollten Sie sich auf gar keinen Fall entgehen lassen.